Ich habe mir nach fast zwei Jahren endlich mal wieder ein paar neue Schuhe gekauft und die zeige ich euch jetzt. Ich habe mir zum ersten Mal Schuhe von Gießwein bestellt. Das sind ja so Merino-Wollschuhe und die sollen angeblich super gut sein. Hier gibt es als erstes schon mal eine Pflegeanleitung. Und da ist der Schuh. Ich habe mir dazu übrigens noch ein Wäschenetz und Socken bestellt und die Schnürsenkelbox abgeschenkt. Ich muss sagen, die sehen nicht nur richtig cool aus, die sind auch echt saubequem.